Moin Meister Werne Weißt du eigentlich wie spät das ist? Entschuldigung Meister Mein Moped ist nicht angesprungen Der Vergaser... Ach immer ist was mit der schrottige Moped Kauf dich mal ein Fahrrad Das konnte ich mir damals so nicht erlauben Eckart ist schon los mit dem Laster Auf der Baustelle Ich fahr schnell mit dem Moped hin Ja, dann seh zu Na nun, so früh Sanitäre Anlagen Heizungsbau Klima und Schwimmartechnik Röhrig Ja, hier Eckart Wir brauchen noch Heizkörper Zehn Liter, 160,50 Und die Gasbuddeln ist alle Wieso? Die ist doch gerade neu Die haben dir bestimmt wieder nicht zugedreht Ui, ui Werne Warte So fänglich das Kabel So'n Schiet Muck das Ding gut Ja Meister Eckart hat angerufen Du sollst noch was mitnehmen Eine Gasbuddel Und ein 160er Radiator Seh zu, seh zu Ja Meister Ja 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 Ja